mein Schatz, dann fressen die es. Einverstanden. Was hat Wurzeln? Man kann sie kaum sehen. Ist höher als alle Baumwipfeln stehen. Nach oben steigt es bis ans Licht. Und dennoch wäscht es nicht. Berge. Berge. Ich kenn den Film. In- und auswendig. Was muss ich denn jetzt machen? Erstmal hier alles zerstören, oder wie? Hier wieder die ganzen Sachen einsammeln. Ach, hier kann ich was bauen. Haha. Genau. Hey, ich hab das so schön gebaut, du machst wieder kaputt. Schreit stimmlos, flattert, fülllos, beißt, zahnlos, marmelt, mattlos. Kann ich hier schon was zusammenbauen, oder was? Achso, dass ich hier hoch kann. Mit dem hier. La, 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 la. Hier ist Nummer 4. Oder Nummer 3. Kann ich hier schon was bauen? Ja. Das brauche ich hier. Und ich mache Wind. Hey, du machst mir das immer kaputt. Möge ich gar nicht. Etwas, das alles und jeden verzehrt. Helm und Panzer, Axt, Schwert, Tier, Vogel, Blume, Ass und Laune. Aus hartem Sprenger, Handstaub. Ich weiß es, ich weiß es. Es ist etwas, von dem ich nicht viel habe. Zumindest nicht immer. Okay. Der muss auch hier hoch. Kann der da hoch? Sieht irgendwie nicht so aus. Ich musste aber hoch mit dem. Nein, nicht. Ach, okay. Zuerst muss ich hier eine Leiter bauen. Ich glaube, sieh noch vorne ab. Genau. La, la, la. Kommt der hier hoch. Und dann hauen wir das ganze Ding mal runter. Damit wir unten eine Uhr bauen können, oder was? Was bauen wir denn jetzt? La, la, la. Ich habe zu wenig. Ach so, ne, rechts steht jetzt das, was ich habe und in der Mitte das, was ich brauche. Ich weiß es doch schon. Ich kann nur nicht sprechen. Das macht ein Bilbo da mit einem Schwert in den Hintergrund. Wie soll ich denn wissen, welche Farbe das hat, wenn das so... Das ist unfair. Aber darüber rehe ich mich sowieso jedes Mal auf, wenn sowas kommt. Eine Sanduhr, genau. Perfekt. Ich habe jetzt gerade schon überlegt, wie Gollum den Ring verlieren wird. Jetzt weiß ich es. Und da müssen wir laufen. Wer hat es gewagt, bewaffnet in mein Königreich einzudringen? Spione? Diebe? Mordgesinde? Zwerge, euer Bosei. Zwerge? Die waren in der vorderen Eingangshalle. Ich kenne dieses Schwert. Das ist der fußbarer Ocspalter. Der Beißer. Er schlagt sie. Tötet sie. Tötet sie alle. Nö. Daraus wird nix. Aber dass der Ork-Christ leuchtet, wenn Orks kommen... ...ist hier, glaube ich... ...das erste Mal so vorgekommen. Das muss ich denn jetzt... Okay. Bäm! Und der nächste. Kommt nur. Ich habe kein Problem. Und dein Schild ist weg. Und du bist auch gleich weg. Was jetzt? Oh! Da kommt wieder mal Gandalf genau im richtigen Moment. Und rettet uns. War ja nicht das erste Mal. Bambadambambambam. Mal viel gebracht hat das jetzt ja nicht. Warte mal, ich brauche hier... Genau. Und Angriff! Hier nochmal das gleiche wie mit den Trollen damals. Da kommen wieder die Nächsten. Hey! Was ist denn hier los? Gandalf ist gleich tot. Okay, jetzt nicht mehr. Das Herz schnappe ich mir auch noch. Hallo? Das wäre irgendwie ganz nett, wenn du dein... Ja. Ja, jetzt hat er es in der Hand. Willst du mich verarschen, oder was? Mann. Jetzt aber. Und... Und... B... Und wieder zu zweit. Und... Bomben. Willst du dir schön auf den Kopf hauen? Er schlägt sie. Okay. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017